hallo und herzlich willkommen zu transport fieber 2 folge 15 der vierten staffel wir müssen den bahnhof noch anschließen dafür brauche ich erst mal ein interface so und dann gucken wir mal neben eine normale straße erst mal und gucken wir müssen eh mal eine kollision aber das macht nicht zermalen weil jetzt hier einfach dann können wir hier einfach stumpf übermalen dann haben wir hier einen schönen bahnhofsvorplatz und fertig wenn ich auch irgendwann mal parkplätze anschließen wenn ich will aber zumindest haben wir schon mal einen kleinen bahnhof jetzt haben wir alles angeschlossen jawohl das passt das was das passt machen wir hier noch eine straße die einmal so quer aber jetzt machen wir das hier erst mal ich will euch mal zeigen was ich vor habe das kann ich vielleicht noch mal im aufgetan bauen nehmen jetzt irgendein gleis spielt keine rolle nehmen wir jetzt ohne oberleitung geht am einfachsten ziehen jetzt hier parallel zur straße parallel zur straße das sah doch so einfach aus bei anderen so voll jetzt kann ich nicht hier das hier parallel zur straße jawohl und sagen trotzdem bau gleich machen wir jetzt hier einmal so als ansatzpunkt will er nicht machen wir jetzt hier hinten nochmal da muss ein Stück weiter rein da muss tiefer mal jetzt machen wir das hier durch und sagen Zimmer ich glaube hier habe ich auch den markern zum abbeißen dann nachher ja so und jetzt gehen wir bei ich glaube jetzt mal witzig dass ich das wieder gefunden habe wie kann das symbol davon da war es noch wie ich suche so jetzt beton wie ein bisschen dann dass so hier also so ich Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einfache Winden Wir brauchen einen anderen Baustoff Eine andere Höhe Ne, noch höher Länger Schön Was noch länger Neu Neu Noch höher Ah, besser Weniger Noch ein bisschen weniger Neu Schnau A Das ist Schnau So ein bisschen Vummelei, wie ihr seht. Aber wir kriegen es hin. Gleiche jetzt hier nochmal. Hier muss es ein bisschen tiefer. Jawohl. So, jetzt guck mal hin. Na, ich hätte es wieder ein bisschen höher gemacht. So, und jetzt kommt eigentlich noch die Platte. So, jetzt müssen wir aber hier wieder alles auf. Jawohl. Bis zum nächsten Mal. Jetzt nicht die schönste Brücke, die wir hier bauen, aber guckt. Ich habe zumindest einmal gesehen, wie ich das hier mache. Mit liebe Grüße gehen raus an Hans Dampf, weil da habe ich das gesehen. Dann müssen wir natürlich noch die restlichen Teile davon abreißen. So. Und guckt mal. Und schon fahren wir hier durch einen schönen Tunnel, schön verkleidet. Passt. Den nächsten auf der anderen Seite mache ich mal ohne euch, weil sonst geht die ganze Zeit darauf, nur mit diesem Tunnel bauen. Weil ihr gesehen habt, ist gar nicht so einfach und deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn das wieder soweit ist, bis ich damit fertig bin. Dann macht's gut. Bis gleich. So, da bin ich wieder zurück und wir haben hier die nächste gebaut, wobei man natürlich mal gucken muss, ob wir da hier oben das nicht nochmal ein bisschen dicker kriegen. Übergang. So, da geht der Übergang. Bis gleich. So, da geht der Übergang. Was ist das noch? Und hier ... Hier. Irgendwie will er jetzt da wieder nicht anklicken. Guck an. Jetzt sieht es wirklich aus wie eine Brücke und so lassen wir es jetzt auch, weil wir wollen hier nicht so lange rumdaddeln. Wir wollen zusehen, dass wir hier erstmal eine große Linie rein kriegen mit... Haben wir. Dann brauchen wir hier also nur noch Bushaltestellen. Die große Linie außenrum. So eine Linie bauen. Dann machen wir es mal hier. Eins in Jessern. Das hier nicht auch mit. Hier. Dann können wir es hier auch mit. Oberleiten. So. Das ist erstmal Linie 1 in Jessern. Hier kommt jetzt ran. Dann noch ein Depot. Höhle Tram. Das setzen wir hier auch gleich im Bereich. So. Was fahren hier für welche? Was meint ihr? Ich werde mal hier wieder für sowas hier. So. 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 Das wäre das. Stadt 1. Das wäre Stadt 1. Stadtteil 1. Hier kommt Stadtteil 2 rein. Das können wir auch schon mal gleich reinsetzen. So. Da bräuchte man nochmal einmal hier noch eine Straße. Ja. So. So machen wir es. Das ist für mich wichtig, so eine Buschspur. So. Jetzt würde ich sagen, er hat eine Spur oder eine Linie besser gesagt hier einmal rum. So. 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 Dann geht's hier wieder zurück. So. geht. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Und hier. Hier rein. Kommt hier zurück. Und dreht nach da wieder rein. Okay. Also auch von hier nach hier. 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 Hier fährt hier rein. Hier rum. So. Warum hier so? Keine Dreher. Im Ahorn Weg. So. Hier auch. Hervorragend. So. Das ist Linie 3. Yes. Und Linie 3 fährt auch von hier und dann hier entlang. Aber dafür brauchen wir erst mal Städte. Also ich würde sagen, wir brauchen ein Stadtteil hier. Einen Stadtteil würde ich hier noch reinziehen. Brauchen wir hier noch ein Stadtteil. Hier noch ein Stadtteil rein. Und hier noch ein Stadtteil. So. Wollen wir das mal so setzen? Also. Auf jeden Fall kommt eine Stadt. Hier rein. Ein Stadtteil hier rein. Ein Stadtteil hier rein. Ein Stadtteil hier rein. Und das kann sich jetzt eigentlich groß genug ausbreiten, finde ich. Das war halt nur alles umbenennt. Aber auch da bitte gerne, gerne, gerne eure Kommentare, wie diese Stadt heißen soll. Das wächst hier von alleine. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier ein Ring haben. Ich hätte gesagt, so U-Bahn, ne? So ein Kreis. Und da machen wir uns, glaube ich, in der nächsten Folge Gedanken drüber. So. Machen wir hier nochmal ein Foto. Das Wachsen kommt von allein. Aber wir haben hier den. Wir könnten hier nochmal einen kleinen Bahnhof reinsetzen. Und dann hier wieder zurück. Dann könnten wir natürlich einen kleinen Ring hier setzen. Hier und hier. Aber ich bin ehrlich, ich bin eher für eine U-Bahn, die hier einmal so eine 8 fährt vielleicht. So zack. Ja, das wäre eine Überlegung wert, tatsächlich. Also. Gebäude. U-Bahn. U-Bahn muss einmal mindestens. Ja, da reißen wir die Straße weg. Ist überhaupt kein Problem. Weil hier so in der Mitte wäre natürlich nochmal geiler, ne? Dass wir quasi die ganze Stadt fast als Einzugsgeld haben. Den Stadtteil. Wie möglich. Das heißt, wir müssen die Straße wegreißen. Wir müssen die Straße wegreißen. Aber hier eigentlich eine alte Stelle gar nicht, ne? Müssen wir noch. So. So. Dann brauchen wir hier noch. Hier müssen wir irgendwo unten drin wegreißen. Wir hier in die Nähe des. So. 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 quasi. So. Dann geht's von hier. So. 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 Wie ist sein. So. You. So. You wanna. Amen. Ja, machen wir so. Wir reißen hier noch eine Straße ab. Hier noch eine U-Bahn rein. So. Und dann hier oben irgendwo noch hier. Ja, dieses Stück Straße reißen wir weg. Wie wir es dann miteinander verbinden, we will see. I really don't know. Das ist wahrscheinlich tatsächlich so eine Rundbahn, die einmal hier als 8 durchgeht. Und dann muss hier noch entweder noch eine U-Bahn hin. Deutsche E-Fahn hat keine. Wir haben hier noch eine zweite Straßenanschluss. Soll ich jetzt erstmal generell diesen zweiten Straßenanschluss überhaupt erstmal in Betrieb nehmen. So. 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 So können wir jetzt hier, Deutsch E-Fahn, doch hier die U-Bahn ran setzen. So. So. Haben wir hier alles angeschlossen. Der Bahnhof ist mit dran. So. 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 jetzt deutlich mehr jawoll. Dann könnte man jetzt tatsächlich auch noch so einen kleinen Fußweg reinbauen. Hier so ein Small. Hier so einen kleinen Fußweg. Hier hin geht. Und schon haben wir hier ein bisschen. Haben wir, haben wir, haben wir. Jetzt müssten wir mal gucken, dass wir hier noch ein bisschen die Ampeln weg machen. Weil wir davon immer noch viel zu viele haben. Gerade jetzt, wo sich die Stadt ausgebreitet hat, war da echt viel von. Und wie ihr wisst, ich bin kein Freund von Ampeln, die halten wirklich hier in diesem Spiel nur den Verkehr auf. Im echten Leben natürlich brauchen wir sie. Gerade an vielen befahrenen Kreuzungen. Ich rede jetzt aber nur vom Game. Das ist wie bei City Skylines. Der ein oder andere, der hier zuschaut, wird auch sicherlich City Skylines kennen. Und auch die Problematik, dass da Ampeln so ziemlich das Übelste ist, was man haben kann. Und sonst immer nur für Verkehrsprobleme sorgt. Wie gesagt, und jetzt bitte, bitte gebt mir Vorschläge, wie soll diese Stadt hier heißen und die Nebenorte dazu. Sollte dann, jetzt ist ja ein ganzes Wochenende lang Zeit, müsste der ein dann nicht sein, werde ich dann halt selber benennen müssen. Aber es wäre natürlich schön, wenn mal von extern, von außen auch mal Vorschläge kommen. Würde ich mich sehr drüber freuen. Guckt es euch an. Fertig. Fertig ist das Gebäude hier. Wir könnten natürlich hier nochmal eine Straße querziehen. So eine kleine. Einmal quasi hier so rüber so und dann von hier nach hier einmal rüber. Fertig. Dass wir hier so ein paar Verbindungen mehr haben. Fertig. Hm. Wir könnten hier auch natürlich runter gehen. Fertig. 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 Moment, wir haben doch hier, ach der mit, wenn man zu schnell drückt. Moment, wir haben doch hier, wenn man zu schnell drückt. So, machen wir natürlich noch wieder Straße. Moment, wir haben doch hier, wenn man zu schnell drückt. Moment, wir haben doch hier, wenn man zu schnell drückt. Moment, wir haben doch hier. Moment, wir haben doch hier, wenn man zu schnell drückt. Ich versuche hier irgendwie, das hier noch irgendwie anzuschließen. Bis jetzt will es einfach nicht. Ich versuche hier, wenn man zu schnell drückt. Jetzt haben wir Verbindungen sehr schön. So, aber jetzt verabschiede ich mich für heute von euch. Bitte, bitte seid so gut. Gebt mir Input. sagt mir, wo könnte ich hier noch ein Stück besser werden, was könnte ich hier besser machen. Wie soll ich es benennen? Ich freue mich über jegliches Feedback, was kommt. Und deshalb bitte, bitte schreibt ruhig. Wenn ihr guckt, ich beantworte auch im Moment immer noch alles, was reinkommt. Und könnte halt, wie gesagt, auch daran liegen, dass halt nicht so viel ist. Aber ich beantworte, soweit es geht, alles. Und deswegen... Und deswegen seid bitte so gut und schreibt. Ansonsten wünsche ich euch ein charmantes Wochenende. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye.